Stell dir einmal einen Botschafter vor, einen Gesandten. Der ist Bürger seines Landes, was ihn ausgesandt hat, obwohl er nicht in dem Land lebt, was ihn ausgesandt hat, sondern in einem anderen Land. Er vertritt sein Land dort in diesem fremden Land. Er ist kein Bürger dieses Landes, sondern er ist Bürger in seinem Land, hat die Rechte und die Pflichten seines Landes zu erfüllen, obwohl er woanders lebt. Als Botschafter sind ihm Ressourcen zur Verfügung gestellt, um seine Aufgabe wahrzunehmen. Und im Grunde genommen ist es vollkommen egal, ob er sich danach fühlt, ob er irgendwie empfindet, solch ein Botschafter zu sein. Es genug Geld hat, um diese Aufgabe durchführen zu können. Oder ob er eher knapp bei Kasse ist. Es ist egal, ob er ein eher offener Typ ist oder eher zurückhaltend. Es ist egal, ob er gesund ist oder krank ist oder wie seine Lebensumstände aussehen. All das ist zweitrangig. Er ist Botschafter seines Landes, vertritt sein Land. Und eigentlich sollte er so reden wie ein Botschafter, sich so verhalten wie ein Botschafter, mit den Ressourcen umgehen wie ein Botschafter. Er sollte Botschafter sein. Weißt du, du und ich, wir sind Botschafter. Und zwar Botschafter des Reiches Gottes, Botschafter des Himmels. Die Bibel sagt uns, so sind wir nun Botschafter an Christi statt. Wir sind Ausgesandte, von Christus selbst gesandt, in einer ganz hohen Vertrauensposition. Und wir haben uns so zu benehmen. Wir haben uns so zu verhalten. Es ist uninteressant, wie unsere privaten Ressourcen aussehen. Uns stehen die Ressourcen des Himmels zur Verfügung. Es ist uninteressant, wie unsere persönlichen Lebensumstände aussehen. Wir sind Botschafter und wir haben das Reich Gottes zu vertreten. Ich lade dich ein, rede wie ein Botschafter des Himmels. Denke wie ein Botschafter des Himmels. Verhalte dich wie ein Botschafter des Himmels. Das ist das, was die Bibel sagt, wenn sie sagt, wir sollen unseren Sinn nicht dem Sinn dieser Welt gleichstellen. Wir sollen unseren Sinn erneuern. Wir sollen in Himmelskategorien, in Himmelsressourcen denken, in unserem täglichen, ganz normalen Leben. Botschafter an Christi statt. Denn wir haben hier auf dieser Welt, auf dieser Erde nicht wirklich unser Bürgerrecht, wenn wir neue Kreaturen sind, wenn wir neu geboren sind, wenn wir Jesus als Herrn und Retter angenommen haben. Es heißt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Unser Bürgerrecht, da wo wir herkommen, das ist unsere Heimat. Wir sind Botschafter, Gesandte hier in dieser Welt. Aber wir brauchen weder so zu denken wie die Welt noch und so zu verhalten wie die Welt, sondern wir repräsentieren den Himmel. Wir repräsentieren das Reich Gottes. Ich lade dich ein, werde zu einem echten Repräsentanten des Reiches Gottes, egal wie deine Umstände aussehen. Du wirst sehen, Gott hat viel mehr für dich.